Herzlich Willkommen bei meinem vierten Let's Play. Ich bin wieder euer Play with Drake. Und wir spielen ein Spiel von 1994. Es gibt kein Intro, es hängt direkt an. Illusion of Time. Es ist kein Blindwahn. Ich kenne auch dieses Spiel. Und irgendwie habe ich es mit den Retro-Dingern. Ja, ich mag Retro-Dinger. Und wenn ich Spiele schlagen nicht mehr gespielt habe, so wie dieses hier. Dann spiele ich das auch mal ganz gerne wieder. Ja, ohne groß zu zögern, würde ich sagen, fangen wir an. Nebenbei, ich kündige es direkt an, mache ich ein anderes Let's Play. Das ist blind, das kenne ich nicht. Aber das werdet ihr dann früh genug mitkriegen. Also, lasst uns das Spiel beginnen. Ja, komm, Mission beginnen. So, fangen wir an. Schule. Och, nö. Hallo, ich bin Will. Ein Jahr ist vergangen, seitdem mein Vater zum Turm von Babel begleitete. Mein Vater und seine Leute erhalten ein Unglück. Irgendwie habe ich es zum Südkapp zurückgeschafft. Irgendwie kann ich immer noch nicht glauben, dass mein Vater nicht mehr am Leben ist. Wenn ich erwachsen bin, werde ich ein Forscher und erkunde die Welt. Irgendwo treffe ich dann meinen Vater. Oh, Schule vorbei, wir haben den ganzen Unterricht verquatscht. Yay. Scheiße, Schule. Lehrer. Das ist alles für heute. Und ihr vier, macht bitte eure Hausaufgaben. Außerhalb der Stadt wohnen Monster gesichtet. Geht nur in Begleitung eurer Eltern hinaus. Okay. Seth. Bis nachher, am gewohnten Ort. Ich muss zuerst nach Hause. Ich komme später nach. Wenn du dich beeilst, wird deine Mutter denken, dass du nachsitzen musst. Okay. Und du? Wir treffen uns bei der Höhle am Meer. Okay. Was hast du zu sagen? Oh, Will. Hör dir mein Gedicht an. Es war einmal ein altes Schloss und Kunibert, so hieß der Boss. No comment. Ja, Illusion of Time. Es ist ein, ähm, wie kann man das nennen? Wir haben ein Menü. Wir haben Pause. Das ist unser Speicherpunkt. Das sind solche komischen Portale. Da gibt es eine Geschichte hinter. Das fairen Portal. Da gibt es eine Geschichte hinter. Ich glaube, das ist Gaia, soweit ich weiß. Und, ähm, aber... Die Geschichte an sich kenne ich nicht. Ich bin Gaia, die Quelle allen Lebens. Ich bin dein Helfer und Beschützer. Nur wenige Auserwählte können dieses Portal betreten. Suche es auf, wann immer du es siehst. Im Portal kannst du bisheriges Geschehen speichern. Tue dies, bevor du weiterziehst. Bisheriges Geschehen speichern? Ja. Das, es ist vollbracht. Reise fort mit mir. Ja, so lebe dann wohl. Genau, das sind unsere Speicherplätze. So. Ja. Wir sind ein kleines Kind, was Forscher werden will. Und, tja. Großartig. Mehr ist nicht bekannt. Nur, das ist... Ich glaube, es ist der Vorgänger von Terranigma. Und so ähnlich wie Terranigma ist es auch aufgebucht. Also, lass das uns erkunden. Hey, Will, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst hier nicht hoch, dass du hier nicht hoch sollst. Du machst immer solchen Unsinn. Naja, was soll's. Ich kann dich ja sowieso nicht aufhalten. Gut. Ja, hier kann man auch wieder mit verschiedenen Leuten sprechen, die da einfach so rumstehen. Hi, was sollst du... Drückst du das Steuerkord zweimal in die gleiche Richtung? Kannst du rennen. Weiß ich. Wuhu. Und wir springen einfach von Dächern runter und wir haben keine... Ich bin ein Juwelier. Erreisende zwischen den Kontinenten. Was ist dein Begehr? Bin nur zufällig hier, bewahr meine Juweler auf, zeig mir dein Angebot. Zeig mir dein Angebot. Für die Juwelen werde ich dich mit nützlichen Dingen meines Inventars versorgen. Heilkräuter, Verteidigungskraft, Lebensenergie, Stärke, Psychokraft, Dunkle Kraft, Geheimnisse. Für Geheimnisse braucht man 50 Juweler. Besser gesagt, rote Juweler, die wir immer irgendwo überall finden. Hi, was stehst du denn da? Seth tut mir so leid. Ich verstehe, warum er es hasst, seine Eltern jeden Tag streiten zu sehen. Hm. Hui! Da ist mir direkt eine Vaso über den Kopf geflogen. Kaum war die Tür zu Sehs Haus geöffnet, hörte man die Eltern schon streiten. Seths Haus. Okay. Hi! Seths Vater. Lass mich in Ruhe. Ich mach mit meinem Geld, was ich möchte. Ja, ist okay, ich hab dir doch keinen Vorwurf gemacht. Kannst du dir dein Geld in den Arsch geben oder was auch immer. Oh, ne, gut. Hi! Seths Mutter. Ah, dieser Mann. Erlaubt mir die letzten Nerven. Wie konnte ich ihn noch heiraten? Ich hätte ihn schon längst verlassen sollen. Verlassen, wenn Seth nicht wäre. Äh, ja. Gibt's irgendwas zum Vorteil? Nein, gut, der nicht. Ach, die Vaso ist jetzt weg. Okay, auch mal nicht schlecht. Hi! Auch wenn ich mich anders hinstelle, ich kann es nicht hochziehen. Okay. Ich drücke dir die Daumen, dass du es schaffst. Hi! Seth, tut mir so leid. Achso, das ist die Frau. Das ist Longsauce. Er lebt hier mit seiner Mutter. Sie ist schon sehr alt. Mhm. Eine alte Granny. Hi! Dein Vater ist bereits seit einem Jahr beim Turm von Babel verschollen. Mir kommt es vor, als sei es erst seit gestern. Ähm. Ich werde versuchen, die Stimmen zu synchronisieren. Die Hauptcharakteren, die haben meistens eine farbige, äh, farbige Schrift. Die werde ich auf jeden Fall besser synchronisieren, weil grauen werde ich mir, ähm, je nach Charakter mal eine weitliche, mal eine männliche Stimme geben. Achso, und hier unten ist nichts. Rotes Juwel gefunden. Genau das meinte ich. Diese, diese Juwele, die gibt man dann beim, beim Juwelier ab und, ähm, kann dann dementsprechend was holen. 50 brauchen wir für das Geheimnis. Habe ich bisher noch nie geschafft. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Hi! Mein Freund ist Astronom und behauptet etwas Seltsames. Ein Stern nähert sich der Erde. Okay. Lass ihn doch. Hi! Uff, ich schaffe es nicht. Uff, ich schaffe es nicht. Ja, dann, hau ruck und raus damit. Und, was bist du? Wenn ich den, wenn ich den Wind durch dein Haar wehen sehe, beneide ich dich. Nicht so wie meins unter dem Tuch. Achso, das ist der Freund des Astronoms. Und was macht ihr? Okay, äh, will's gar nicht essen. Hier wohnt mein Freund Erik. Dies ist das größte Haus in Südkampen. Will träumt davon, auch einmal ein Haus zu setzen. Äh, Eriks Haus. Ziemlich groß. Hi! Eriks Vater. Jeder beneidet uns um unser großes Haus. Was denken die eigentlich? Wir waren schließlich die Ersten in dieser Stadt. Ja, und? Kein Grund, so ein großes Haus zu haben. Wie war es in der Schule? Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Lernen ist wichtig. Und später das Finanzamt zu hintergehen. Hihi. Ja, das schafft man auch so. Nein, seid immer ehrlich zum Amt. Mach nicht ernst. Hört auf damit. Ey, du brennst. Eriks Mutter. Keine Angst, ich brenne nicht. Mir raucht nur der Kopf wegen dem vielen Stress. Den ganzen Tag, dieses große Hausputzen, das strengt an. Äh, glaube ich. Ganz ehrlich, das glaube ich. Gut, dann raucht dir der Kopf. Hm, dann gehen wir mal hier hoch. Südkampen. Hi. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ach, und die Erinnerung. Seltsam. Dieses Spiel nennt mich an ein altes Kinderspiel. Das habe ich gespielt, als ich noch klein war. Darf ich mitspielen? Gewonnen. Ach, ist doof. Hi. Ich bin besorgt. Ein Haufen dubioser Händler macht viel. Seit kurzen Geschäfte. Äh, ja, und? Was ist denn hier? Keine Einleitung. Ey, was brennst du denn da? Hm, hier riecht's gut. Ich habe keinen Ofen. Also koch ich in diesen Topf. Ja, und was kochst du, Feines? Riecht gut. Hm, sag Bescheid, wenn es fertig ist. Dann komme ich vorbei. Hi, was hast du zu sagen? Händler. Ich reise sehr viel umher und verkaufe den Leuten Waffen. Es sind zwar unruhige Zeiten, aber an Kindern verkaufe ich keine Waffen. Äh, brauchst du auch nicht. So, in das Haus bin ich jetzt absichtlich noch nicht gegangen. Ich wollte nochmal zu dem Fischer hier unten, aber der sitzt immer auch da. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt in das Haus, wo der Händler vorsteht. Hey, darf ich da rein? Danke. Das ist mein Haus. Oma Lola bereitet gerade eine Pastete zu. Die riecht aber lecker. Will's Haus. Hallo Oma. Willkommen zu Hause, Will. Das Abend ist nicht noch nicht fertig. Spiel so lange draußen. Okay. Will. Da du so spät nach Hause kommst, hast du bestimmt nachsitzen müssen. Naja, wenn nix aus dir wird, können wir dich immer noch am fahrende Händler verkaufen. Äh, ja, danke, Will. Okay. Dann springen wir hier runter. Wuhu. Ich bin ein Fan von Abkürzung. Ähm, wie gesagt, am gewohnten Ort. Das war am Hafen. Und zwar hier hinten. Zack. Seehöhle. Für die vier Freunde ist die Höhle am Meer ihr zweites Zuhause. Sie treffen sich hier nach der Schule, um bis abends hier zu spielen. Yay. Wir spielen Karten. Was spielen wir? Durak 31? Ähm, Skat? Äh, Doppelkopf? Keine Ahnung. Was spielen wir? Was ist los, Will? Es ist schon spät. Ich spiele noch mit Seth Karten. Bin gleich soweit. Seth. Haha. Ich werde ganz sicher gewinnen. Plötzlich erscheint Erik. Er scheint sehr aufgeregt zu sein. Oh mein Gott. Erik. Ich habe Neuigkeiten. Große Neuigkeiten. Die Prinzessin ist von Edwurts Schloss. Ist weggelaufen. Man vermutet, sie ist hier im Südkap. Dum dum dum. Ähm, das ist alles? Du bist hier hineingeplatzt, als sei etwas Schlimmes passiert. Könnte es sein, dass du dich hier in die Prinzessin verliebt hast? Äh? Nein, aber vielleicht kommen die Soldaten hierher, um nach hier zu suchen. Wenn die Soldaten hier auftauchen, bekommen wir Ärger, denn wir dürfen hier nicht spielen. Und als ob nichts gewesen ist, wir machen einfach so weiter. Hm, cool. Hi. Pech im Spiel mit der Liebe sieht es auch nicht besser aus. Zern, das hat ein Pech. Komm her, Will, und setz dich neben Erik. Ja, aber erst will ich mit Erik sprechen. Wir sollten also aufpassen. Okay, dann setze ich mich mal neben Erik. Wir sind komplett. Was wollen wir machen? Ich möchte bestelle kinetische Kräfte sehen. Kennst du sie noch nicht? Er bewegt Dinge, ohne sie zu berühren. Er hat die Statue dort in der Ecke verschoben. Mach's noch einmal, Will. Okay. Und... Ja! Oh, sie hat sich bewegt! Holladee, holladee! Ja, das kann ich. Ganz wunderbar. Oder auch nicht. Komm. Ah, cool, wa? Egal, wie oft ich es sehe, ich kann es immer noch nicht glauben. Aber warum kannst du nur die Statue bewegen? Und keine anderen Sachen. Hm. Stimmt, den kann ich nicht bewegen. Wenn ich das mal auch könnte. Tja. Zieh irgendeine... Zieh eine Karte. Irgendeine. Ich drehe vier Karten. Versuche das Karo Ass auf Anhieb zu finden. Das Karo Ass... Ich sag mal, ich... Ich habe zwar telekinetische Kräfte, weil ich die Statue manipuliert habe mit dem Seil, ne? Das habt ihr nur nicht gesehen. Mit Magneten. Meine Flöte ist Magnet und... Dann zieh ich das da ran. Ich nehme jetzt die Karte. Und zwar die Karo. Okay, äh, 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 rauch, 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 äh, nehmen wir die. Will nimmt eine Karte. Es ist natürlich das Karo Ass. Ah, richtig. Hoi, hoi. Ups, ich bin sprachlos. Hey, Seth. Das ist doch so eine Art von Psychokraft, oder? Es muss um eine Art psychische Kraft handeln. Ich wüsste auch gern, was sich dahinter verbirgt. Die meisten Leute haben fünf Sinne. Sehen, hören, schmecken, riechen und fühlen. Ich vermute, Wild-Psychokraft ist eine Art sechster Seen. Was? Was Seth erzählt, ist, äh, viel zu kompliziert für mich. Lass uns noch einmal spielen, Seth. Wenn ich das mal auch könnte. Ach, und ihr spielt jetzt ohne vier, ohne, äh, drei weiteren Garten. Okay. Nur noch ein Spiel mit Seth und ich gehe nach Haus. Hahaha, ich werde ganz sicher gewinnen. Oh Gott, ich gehe jetzt schon nach Hause, ey. Das reicht mir. Südkarp! Es ist bereits dunkel, als Will die Höhle verlässt. Okay. Dann ist das Essen bestimmt fertig. Was macht der Angler? Sitzt er immer noch. Uff, ich schaffe es nicht. Okay, dann schaffst du es halt nicht. Auf nach Hause! Wuhu! Und, was stehst du eigentlich hier mal vor unserer Tür? Geht er weg? Okay, ja, Mensch. Wildes Haus. Ey, da ist ein Schwein. Unser Braten! Yay! Ein Schwein ist in Wildes Haus eingedrohen. Was macht dieses Schwein in meinem Haus? Ja, gute Frage. Grunz, grunz. Ja, und? Grunz, grunz. Grunz, grunz. Schattel, grunz. Grunz, grunz. Oke, das Lösung choix ist.